Johann Friedrich Herbert Die erste Vorlesung zur Pädagogik 1802 Vorbemerkung Der Herbst des Jahres 1802 war für Herbert doppelt bedeutungsvoll, nicht nur durch das Erscheinen seines ersten Werkes, Pestalozzi's Idee eines ABC, der Anschauung, sondern auch durch die Erwerbung des Doktorats und der Venia Legindi an der Universität zu Göttingen. Die Göttinger Universität stand in jener Zeit in hoher Blüte. Hervorragende Männer wirkten daran als Lehrer, so der Nestor der Philologie der damals 73-Jährige Gottlob Heine, Der Historiker Schölzer als Professor der Politik durch seine Vorschläge für den Geschichtsunterricht hatte er auch um die Pädagogik Verdienste, die Kulturhistoriker Herm Ludwig Herren und Christoph Meiners, deren ersterer als akademischer Lehrer großen Beifall genoss, Der Naturforscher Blumenbach, Begründer der vergleichenden Anatomie, Die Philosophie war vertreten durch Johann Gottlob Buhle, dessen Lehrbuch der Geschichte der Philosophie damals gerade seinem Abschluss nahe war, und Bautwerk, zur Zeit noch Anhänger von Kant. Auch die Pädagogik war nicht unvertreten. Feder, der Verfasser des Neuen Emil, scheint nach seinen Aphorismen Pädagogiki in Usum Koloki Dispottori zu urteilen, seine Disputierübung auch auf die Erziehungslehre ausgedehnt zu haben. Früherhin hatte auch RAF über Erziehung gelesen. Der praktischen Ausbildung von Schulmänner diente das von Heine seit 1763 geleitete Seminar, das die Landschulen mit den erforderlichen Subjekten versorgen sollte, wodurch diesem herrlichen Instituto die nötige Aufmunterung erteilt werden muss, ja auch bewerkstelligt werden kann, dass es immer noch genauer auf das Schulwesen eingerichtet wird. Die Frequenz der Universität war eine bedeutende und die Zahl der Ausländer aus angesehenen Familien von Lissabon bis Moskau nie größer als zu jener Zeit. Göttingen war nämlich auf Verwendung des Martens und des Seniorsheine bei dem Konsul Ponneparte von der Okkupation durch französische Truppen, welche vom Juni 1803 bis September 1805 auf dem Lande Hannover lasteten, befreit worden. Nach dem damals in Göttingen herrschenden Brauche gehörte zur Erlangung des Doktorats wie der Venia Legendi eine mündliche Examen und die öffentliche Verteidigung von Thesen. Herbert disputierte am 11. Oktober Pro Simus in Philosophia Honoribus Cosequentes aufgrund von 10 Thesen aus dem Gebiet der Metaphysik, Logik und praktischen Philosophie. Am 23. Oktober Pro Loco in Philosophorum Ordini Rita Obtindo aufgrund von 12 Thesen, von denen die drei letzten pädagogischen Inhalt sind. Sie lauten, die Erziehungskunst stützt sich nicht allein auf Erfahrung. Poesie und Mathematik sind in der Erziehung die Hauptkräfte. Der Unterricht muss mit dem Griechischen, und zwar mit Homers Odyssee, beginnen, ohne dass Pro Saika am wenigsten aber eine Christomatie vorangeschickt wird. Alle drei Thesen treten den damals herrschenden Ansichten kühn entgegen. Die erste scheint speziell gegen die Niemeyer vertreten, eine Ansicht gerichtet, dass die Erziehungslehre eine Erfahrungswissenschaft und nicht an irgendeinem Schulsystem anzuschließen sei. Ergänzen werden wir die These durch einen späteren Ausbruch Herberts dürfen. Pädagogik als Wissenschaft hängt ab von der praktischen Philosophie und Psychologie. Jene zeigt das Ziel der Bildung, diese den Weg und die Gefahren. Und weiterhin die bloße empirische Menschenkenntnis, aber genügt der Pädagogik um desto weniger. Je veränderlicher ein Saltalter in Anschauung seiner Sitten, Gewohnheiten und Meinungen ist. Die zweite These musste den Eindruck einer Paradoxie machen, dadurch, dass sie Poesie und Mathematik, die man wohl als Zweige des Unterrichts zu betrachten gewohnt war, als Hauptkräfte der gesamten Erziehung hinstellte. Herbert verschließt sich selber diesem Eindruck nicht. Das Paradoxe fällt weg, wenn man sie mit der Äußerung des vierten Berichts an Herrn Steiger und den Ideen zu einem pädagogischen Lehrplan in Verbindung bringt, sowie der Darlegung des erziehenden Charakters der Mathematik im ABC der Anschauung. Auch die dritte These stützt sich auf Ansichten, die bei Herbert längst gegereift waren, über die Priorität des Griechischen, über die Odyssee, über den Vorzug der Poesie vor dem Prosa, über den Geist der Christomartien in der Schrift, über wie Gertrud. Christomartien wurden damals im Unterricht überall verwendet. Auch Gessner hat sie noch empfohlen. Von griechischen Christomartien war die von Gedike am meisten im Schwange. Von Jakobs erschien erst 1805. Sie charakterisiert Herbert später mit folgenden Worten. Gedike schrieb unter mehreren Christomartien auch eine griechische und ersuchte darin, recht viel Interessantes zusammenzubringen. Trollige Erzählungen, Fabeln, kleine historische Bruchstücke, nichts Großes und Ganzes. Sie ist vergessen. Wenn sie durchgearbeitet ist, was von ihr bleibt, das sind gemäß der Absichten des Verfassers Vokabeln und grammatische Formen. Mit anderen Christomartien verhält es sich ebenso. Die Vergleichung mit früheren Aussprüchen zeigt zugleich, dass die drei Thesen unter sich in innerem Zusammenhang stehen. Die zweite dient als Beleg für die erste, die Motive der Poesie eine hervorragende Stellung zuzuweisen. Dankt Herbert nicht der Erfahrung. Vielmehr führt in philosophische Reflexion auf jenen Lehrgang, welche bezweckte Vertiefung des Gefühls hineinfühlen in menschlichen Charaktere, Verweilen des Herzens bei einfachen Begriffen, damit die Zusammengesetzten unserer Zeit auch nachher vielfach Wirkung hervorbringen mögen. Auch auf die pädagogische Bedeutung der Mathematik wurde Herbert nicht sowohl durch die Erfahrung geführt als, abgesehen von pestalozischen Anregung, durch Erwägung der psychologischen Wirkung der Mathematik und Bestimmung des Verhältnisses derselben zu anderen Wissenschaften, insbesondere der Metaphysik. Somit sind beide pädagogischen Einsichten Früchte der philosophischen Betrachtung und damit die Zeugen der Richtigkeit der ersten These. Die dritte These beruht auf der zweiten und macht eine Anwendung derselben. Die Poesie äußert sich als Hauptkraft nur, wenn sie zu rechter Zeit und an rechter Stelle zur Wirkung gebracht wird. Die Zeit des Beginnens, der klassischen Studien, ist aber zugleich die, wo die Jugend von der Jugend empfinden lernen kann, und zwar von einer gebildeten, erhöhten, idealischen, schönen Jugend, wie sie in der griechischen Dichtung vorzüglich in Homers Odyssee niedergelegt ist. Für das erste Semester 1802-1803 kündigt Herbert nur ein Kollegium an, nämlich Pädagogik nach Diktaten mit Beifügung einer besonderen Unterhaltungsstunde. Der löbliche Gebrauch, philosophischen Vorlesungen, Unterhaltungs- oder Disputierstunden anzuschließen, bestand in Göttingen von früher her. So hielt es Federer und Meiners. Auch der berühmte Kästner hatte neben seinen mathematischen Vorlesungen philosophische Disputatorien gehalten. Herberts erste Vorlesung und der Anfang der zweiten sind uns erhalten. Hartenstein, sowohl als Kerbach, haben sie in ihrer Herbert-Ausgabe aufgenommen. Völlig unbekannt dagegen ist es, bis jetzt, dass auch Herberts Diktate zur Pädagogik noch vorhanden sind. Unter den Königsberger Herbert-Manuskripten findet sich ein Heft, das die Aufschrift von Herberts Hand trägt. Diktate zur Pädagogik Nun hat Herbert in der ersten Zeit seine akademischen Tätigkeit zweifellos diktiert, später nicht mehr. Stand nun das herbertische Manuskript aus dem Wintersemester 1802-1803 oder aus einer späteren Zeit. Nach genauerer Prüfung scheint es zweifellos zu sein, dass Herbert die Handschrift im ersten Semester seiner pädagogischen Tätigkeit benutzt hat. Dass er sie aber auch später noch einmal verwendet hat, darauf deuten die Korrekturen und Randbemerkungen hin, die mit anderer Tinte geschrieben sind. Es wäre eine interessante Aufgabe, den ersten Entwurf festzustellen. Die Gründe, die uns veranlassen, in den Diktaten, die aus dem Wintersemester 1802-1803 zu vermuten, sind folgende. Zu den Diktaten ist dasselbe Papier verwendet, wie zu den ersten Vorlesungen. Es hat dasselbe Wasserzeichen, denselben Bruch. Ferner steht in der zweiten Vorlesung am Rand des Satzes, dieser Gegenstand ist der Mensch. Hierher gehört zweitens der Diktate, unter zweitens der Diktate ist aber der Zusammenhang der Erziehung mit menschlichen Angelegenheiten behandelt. Wenn auch die Diktate formell nicht fertig sind, so sind sie doch inhaltlich wertvoll, denn sie bringen die von Hartenstein daraus veröffentlichen Aphorismen richtig und im Zusammenhang. Sie enthalten Keime der späteren Arbeiten Herberts und eben endlich viele Parallelstellen, die zur Interpretation der herbertischen Pädagogik wichtige Dienste leisten können. Die erste Vorlesung über Pädagogik An der Spitze dieser Vorlesung erwarten Sie, meine Herren, vielleicht vor allem anderen die Definition meines Gegenstandes. Erwarten sodann eine Lobrede, eine Geschichte, ein Überblick desselben. Erst nach dem ersten Versuch, Wesentliches und Zufälliges zu scheiden, kann die Definition ein bedeutender Ausdruck des Resultats dieser ganzen Überlegung werden. Wer das Abzuscheidende nicht im Auge hat, dem zeigt die Definition nicht, was, noch auch, wie richtig so ausgeschlossen habe. Sie ist alsdann mehr Überraschung als Unterstützung des eigenen Denkens. Statt der Definition werde ich aus dem rohen Gedanken, an den uns schon das bloße Wort Erziehung erinnert, die Hauptmerkmale somit herausheben als nötig, um die Fäden der fernen Untersuchung anzuknüpfen. Ebenso wenig eine Lobrede. Eine solche Krone möchte das bescheidene Haupt meiner Wissenschaft mehr drücken, als verherrlichen. Mit Lobreden mag man den Vortrag solcher Wissenschaften eröffnen, die in ihrem Lehrsätzen völlig bestimmt dastehen und deren wohltätige Wirkung sich in der allgemeinen Erfahrung unzweideutig bewährt hat, die schon ihr männliches Alter erreicht haben. Die Kunst der Jugendbildung ist selbst noch eine jugendliche Kunst. Sie versucht, sie übt ihre Kräfte. Sie hofft dereinst, etwas Vortreffliches zu leisten. Aber sie bekennt gern, dass ihre bisherigen Versuche sie mehr über das, was sie vermeiden, als über das, was zu tun sei, belehrt haben. Dass sie bisher noch auf jedem ihrer Schritte die Übermacht des Zufalls fürchtet, den sie lieber flieht, als bekämpft. Und dass sie in ihren allgemeinen Grundsätzen noch die Aussprüche und die Einsprüche der Philosophie zwar erwartet, aber ohne zu wissen, ob sie wenigstens vorläufig dadurch mehr belehrt, als getröstet werden wird. Lobreden können sie bei einer solchen Wissenschaft weniger ihren wirklichen Leistung als den Hoffnungen gelten, die man für die Zukunft sich von ihr macht. Aber eben diese Hoffnung sind es, deren Grund oder Ungrund erst das Ganze dieser Vorträge ins Licht setzen soll. Denn im Maße, wie ich ihnen die Idee der großen Kunst mehr entwickeln und die Ausführbarkeit dieser Ideen bestimmter nachweisen kann, wird die Achtung, welche sie gewiss der Pädagogik schon mitbringen, mehr zum Vertrauen und vielleicht zur Verehrung sich erhöhen. Ebenso wenig Geschichte Was enthält die Geschichte einer Wissenschaft? Ohne Zweifel Versuche, die man anstellt, um zur Wissenschaft selbst zu gelangen. Wer vermag den Wert dieser Versuche zu würdigen und wo darin Rückgang oder Fortgang sei zu bemerken? Ohne Zweifel derjenigen, der den besten und kürzesten Weg, welchen diese Versuche zu ihrem Ziele nehmen konnten, übersieht. Daher ist die Geschichte einer Kunst gewöhnlich erst dann verständlich und interessant, wenn man der Hauptidee mächtig ist, nach denen die mannigfaltigen Versuche, von denen die Geschichte erzählt, beurteilt werden können. Wenn man bei unrechtigen Maßregeln die richtigen Absichten herausfinden und zu schätzen, wenn man demjenigen, was Übertreibung oder Schwäche verfehlten, das rechte Maß nachzuweisen, wenn man das wahre, das wichtige, vom unbedeutenden, irrigen und gefährlichen Gehörigen zu trennen versteht. Statt der Geschichte der Pädagogik bedürfen wir es aber gar sehr, dass sie sich den gegenwärtigen Zustand dieser Kunst hinreichend deutlich vor Augen stellen. Dazu empfehle ich ihnen zwei Mittel. Erstlich wolle jeder in seine eigene Jugend zurückblicken und sowohl wie er selbst erzogen ist, als wie er andere hat erzogen werden sehen, ins Gedächtnis zurückrufen. Dabei werde es freilich wohl nicht viele von ihnen ganz vermeiden, entweder mit Vorliebe oder mit Geringschätzung an ihre Lehrer und Erzieher zu denken. Ihre Jugend ist schwerlich, schon weit genug hinter ihnen, um sie der unbefangenen Betrachtung mächtig zu machen, durch welche sie dereinst dieser Teil ihrer Geschichte in belehrender Erfahrung für sie verwandeln soll. Besonders, wenn man wesentliche Fehler inne zu werden glaubt, unter denen man gelitten habe, durch die man mehr oder minder unverbesserlich verbogen oder doch unwiderruflich verspätet worden sei, dann ist es schwer nicht unbillig, nicht undankbar zu vergessen, wie viel der damalige allgemeine Geist der Zeit verschuldet, wie sehr sich die genossene Erziehung vielleicht über denselben erhoben, mit wie manchen Hindernissen sie gekämpft habe, wie viel übler man sich ohne sie befunden haben würde, aber freilich gehört dies nicht eigentlich zum Gegenstand unserer Betrachtung. Hier gilt es Fehler als Fehler anzuerkennen, gleichwohl wie gut sie sich aus den Umständen erklären mögen. Hier gilt es von dem Einfluss der Gewohnheit, zufolge welcher ein Vater seinen Sohn sowie ihn sein Vater nun wieder zu behandeln gibt, sich ganz frei zu machen, womöglich aus dem gegenwärtigen Zeitalter selbst, sofern es durch Autoritäten die Vernunft blenden möchte, herauszutreten und sich gerade mitten vor dem reinen Ideal auf der einen und den vorhandenen Mitteln der Ausführung auf der anderen Seite hinzustellen, um das Beste, was möglich ist, wenigstens nicht gleich in den Plane zu verfehlen, nur um die vorhandenen Mitteln und unter ihnen gerade diejenigen, welche die Pädagogik sich für ihren Gebrauch schon zubereitet hat, kennenzulernen, um die Abwege, auf welche das heutige Zeitalter leicht verleitet und vor denen eben darum, die heutige Pädagogik am lautesten warnt, sicher zu vermeiden, um sich einer Sache der Erfahrung, wie die Erziehung ist, durch die nächsten und eben darum, augenscheinlichsten Erfahrung zu orientieren, dazu bedarf es der aufmerksamen Hinsicht auf das Gegenwärtige. Darum auch habe ich sie aufgefordert, sich an ihre eigene Jugendzeit zu versetzen. Dazu schlage ich ihnen jetzt noch zweitens, statt aller anderen Lektüre, das Studium eines sehr berühmten und verbreiteten, vielleicht ihnen allen längst bekannten Werks vor. Ich meine Niemeyers Grundsätze der Erziehung. Der gelehrte und viel erfahrene Verfasser hat hier die Summe der heutigen Pädagogik so deutlich als konzentriert dargestellt und sich dadurch besonders um diejenigen hochverdient gemacht, die zum praktischen Gebrauch des sichersten und bewährtesten zu kennen verlangen, wovon jeder kühnere Versuch ausgehen und wohin er bei jeder Anwandlung von Zweifel und Ungewissheit sich wie in eine feste Burg zurückziehen muss. Als eine solche wünsche ich, dass sie auch bei meinem Vortrag sich diese Schrift stets im Hintergrund denken mögen, weit entfernt, meinen Sätzen eine Autorität beizumessen, die sich jener irgend gegenüberstellen dürfte, bitte ich sie vielmehr mir allenthalben, wo ich mich von Niemeyer entfernen werde, mit Misstrau Scharverprüfung zuzuhören. Hätten wir diesen festen Boden nicht, dann möchte ich es weit weniger wagen, ihnen so manches vorzutragen, wofür ich außer dem Resoniment höchstens meine eigene Erfahrung würde anführen können. Und sehr vieles werde ich eben darum nur sehr kurz berühren, weil es mir in jener Schrift so vollständig und vortrefflich abgehandelt scheint, dass dem angehenden Pädagogen jedweitere Auseinandersetzung dadurch überflüssig wird. Auch kein Überblick oder würden sie mich verstehen, wenn ich von einem Unterricht der zugleich Erziehung sein, von einer allgemeinen Einteilung der Methoden dieses Unterrichts in synthetischen und analytischen von den ästhetischen Darstellungen der Welt als dem Ideal der Erziehung hier schon reden wollte? Ungern habe ich in meinen Thesen die Mathematik und Poesie für die Hauptkräfte des Unterrichts erklärt und kaum und kaum wage ich es ihnen hier so viel von meiner Ansicht der gesamten pädagogischen Aufgabe zu verraten dass ich die Bildung der Fantasie und des Charakters für die extreme halte zwischen denen sie eingeschlossen liegt Paradoxien tun wenig für die rechte Stimmung in welcher für eine vorliegende Untersuchung das Gemüt sich versetzen muss Mehr hoffe ich dazu beizutragen indem ich jetzt über die Art wie ich meinen Gegenstand in diesen Vorlesungen zu behandeln denke mich ihnen vorläufig erkläre unterscheiden sie zuvörderst die Pädagogik als Wissenschaft von der Kunst der Erziehung Was ist der Inhalt einer Wissenschaft Eine Zusammenordnung von Lehrsätzen die ein Gedankenganses ausmachen die womöglich auseinander als Folgen aus Grundsätzen und als Grundsätze aus Prinzipien hervorgehen Was ist eine Kunst Eine Summe von Fertigkeiten die sich vereinigen müssen um einen gewissen Zweck hervorzubringen Die Wissenschaft also erfordert Ableitung von Lehrsätzen aus ihren Gründen philosophisches Denken Die Kunst erfordert stetes Handeln nur den Resultaten jener gemäß Sie darf während der Ausübung sich in keine Spekulation verlieren Der Augenblick ruft ihre Hilfe Tausend widrige Begegnisse fordern ihren Widerstand herbei Unterscheiden sie weiter die Kunst des Ausgelehrten Erziehers von der einzelnen Ausübung dieser Kunst Zu jener gehört dass man jedes Naturell und Alter zu behandeln wisse Diese kann gelingen durch Zufall durch Sympathie durch Elternliebe Welcher von diesen drei Kreisen ist der Kreis unserer Betrachtung Offenbar fehlt die Gelegenheit der wirklichen Ausübung und noch mehr die Gelegenheit zu so mannigfaltigen Übungen und Versuchen durch welche die Kunst allein gelehrt werden könnte Unsere Sphäre ist die Wissenschaft Nun bitte ich Sie das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis zu bedenken Die Theorie in ihrer Allgemeinheit erstreckt sich über eine Weite von welcher jeder Einzelne in seiner Ausübung nur einen unendlichen Kleinteil berührt Sie übergeht wieder in ihrer Unbestimmtheit welche unmittelbar aus der Allgemeinheit folgt welches das Detail alle die individuellen Umstände in welchen der Praktika sich jedenfalls befinden wird und alle die individuellen Maßregeln Überlegungen Anstrengungen durch die er jenen Umständen entsprechen muss In der Schule der Wissenschaft wird daher für die Praxis immer zugleich zu viel und zu wenig gelernt und eben daher pflegen alle Praktiker in ihren Künsten sich sehr ungern auf eigentlich gründliche untersuchte Theorien einzulassen Sie lieben es weit mehr das Gewicht ihrer Erfahrung und Beobachtung gegen jene geltend zu machen Dagegen ist dann aber auch schon bis zur Ermüdung oft und weitläufig bewiesen auseinander gesetzt und wiederholt das bloße Praxis eigentlich nur Schlendrian und eine höchst beschränkte nicht entscheidende Erfahrung gebe das erst die Theorie lehren müsse wie man durch Versuch und Beobachtung sich bei der Natur zu erkundigen habe wenn man ihr bestimmte Antworten entlocken wolle dies gilt dann auch im vollsten Maße von der pädagogischen Praxis die Tätigkeit des Erziehers geht hier unaufhörlich fort auch widerwillen wirkt er gut oder schlecht oder er versäumt zum wenigsten was er hätte wirken können und ebenso unaufhörlich kehrt die Rückwirkung kehrt der Erfolg seines Handelns zu ihm wieder aber ohne ihm zu zeigen was geschehen wäre wenn er anders gehandelt welchen Erfolg er gehabt hätte wenn er weiser und kräftiger verfahren wäre wenn er pädagogische Mittel deren Möglichkeit ihm vielleicht nur nicht träumte in seiner Gewalt gehabt hätte von allem dies weiß seine Erfahrung nichts er erfährt nur sich nur sein Verhältnis zu den Menschen nur das Misslingen seiner Pläne ohne Aufdeckung der Grundfehler nur das Gelingen seiner Methode ohne Vergleichung mit den vielleicht weit rascheren und schöneren Fortschritten besserer Methoden so kann es geschehen dass ein grauer Schulmann noch am Ende seiner Tage ja dass eine ganze Generation und Reihe von Generationen von Lehrern die immer in gleichen oder in weniger abweichenden Gleisen neben und hintereinander fortgehen nichts von dem an was ein junger Anfänger in der ersten Stunde durch einen glücklichen Wurf durch ein richtig berechnetes Experiment zugleich und in voller Bestimmtheit erfährt ja es kann nicht nur so kommen sondern das begibt sich zuverlässig jede Nation hat ihren Nationalkreis und noch weit bestimmter jedes Zeitalter seinen Zeitkreis worin der Pädagoge so gut wie jedes andere Individuum mit allen seinen Ideen Erfindungen Versuchen und daraus hervorgehenden Erfahrungen eingeschlossen ist andere Zeiten erfahren etwas anderes weil sie etwas anderes tun und es bleibt eine ewige Wahrheit dass jede Erfahrungs Sphäre ohne ein Prinzip a priori nicht nur von absoluter Vollständigkeit nie reden dürfe sondern auch nie nur ungefähr den Grad ihrer Annäherung an diese Vollständigkeit angeben könne daher wer ohne Philosophie an die Erziehung geht sich so leicht ein bildet weitgreifende Reformen gemacht zu haben indem er ein wenig an der Manier verbesserte nirgends ist philosophische Umsicht durch allgemeine Ideen so nötig als hier wo das tägliche Treiben und die sich so vielfach einprägende individuelle Erfahrung so mächtig den Gesichtskreis in die Enge zieht Nun schiebt Nun schiebt aber bei jedem noch so guten Theoretiker wenn er seine Theorie ausübt und nur mit den vorkommenden Fällen nicht etwa in pedantischer Langsamkeit wie ein Schüler mit seinen Rechenexempeln verfährt zwischen die Theorie und die Praxis ganz unwillkürlich ein Mittelglied ein ein gewisser Takt nämlich eine schnelle Beurteilung und Entscheidung die sich wie der Schlendrian ewig gleichförmig verfährt aber auch nicht wie eine vollkommene durchgeführte Theorie wenigstens sollte sich rühmen darf bei strenger Konsequenz und in völliger Besonnenheit an die Regel zugleich die wahre Forderung des individuellen Falles ganz und gar zu treffen eben weil zu solcher Besonnenheit zu vollkommener Anwendung der wissenschaftlichen Lehrsätze ein übermenschliches Wesen erfordert werden würde entsteht unvermeidlich in dem Menschen wie er ist aus jeder fortgesetzten Übung eine Handlungsweise welche zunächst von seinem Gefühl und nur entfernt von seiner Überzeugung abhängt worin er mehr der inneren Bewegung Luft macht mehr ausdrückt wie von außen auf ihn gewirkt sei mehr sein Gemüts Zustand als das Resultat seines Denkens zutage legt aber welcher Erzieher werden sie sagen der so von seiner Laune abhängt sich so der Lust und Unlust die ihm seine Zöglinge machen überlässt aber welcher Erzieher frage ich sie rückwärts der seine Zöglinge lobt ohne Herz und tadelt wie ein Buch der resonierte und kalkulierte während die Knaben eine Torheit nach der anderen begehen der dem Ungestüm dieser oft sehr kräftigen Naturen keine Energie eines raschen männlichen Willens entgegenzusetzen hätte Frage und Gegenfrage möge sich hier aufwiegen Ich kehre zu meiner Bemerkung zurück da es unvermeidlich der Takt in die Stelle eintrete welche die Theorie leer ließ und so der unmittelbare Regent der Praxis werde Glücklich ohne Zweifel wenn dieser Regent zugleich ein wahrhaft gehorsamer Diener der Theorie ist deren Richtigkeit wir hier voraussetzen Die große Frage nun an der es hängt ob jemand ein guter oder schlechter Erzieher sein werde ist einzig diese wie sich jener Takt bei ihm ausbilder ob getreu oder ungetreu den Gesetzen welche die Wissenschaft in ihrer weiten Allgemeinheit ausspricht Lassen sie uns ein wenig weiter nachsinnen auf welche wirkende Ursache auf welche Einflüsse es denn ankomme wie sich jener Takt in uns festsetzen werde Er bildet sich erst während der Praxis Er bildet sich durch die Einwirkung dessen was wir in dieser Praxis erfahren auf unser Gefühl diese Einwirkung wird anders ausfallen je nachdem wie wir selbst anders oder anders gestimmt sind auf diese unsere Stimmung sollen und können wir durch Überlegung wirken von der Richtigkeit und dem Gewicht dieser Überlegung von dem Interesse und der moralischen Willigkeit Womit wir uns hier hingeben hängt es ab ob und wie sie unsere Stimmung vor Antretung des Erziehungsgeschäfts und folglich ob und wie sie unsere Empfindungsweise während der Ausübung dieses Geschäfts und mit dieser endlich jenen Takt ordnen und beherrschen werde auf dem der Erfolg oder Nichterfolg unserer pädagogischen Bemühungen beruht Mit anderen Worten durch Überlegung durch Nachdenken Nachforschung durch Wissenschaft soll der Erzieher vorbereiten nicht sowohl seine künftigen Handlungen in einzelnen Fällen als vielmehr sich selbst sein Gemüt sein Kopf und sein Herz zum richtigen Aufnehmen Auffassen Empfinden und Beurteilen der Erscheinung die seiner Warten und der Lage in die er geraten wird Hat er sich im Voraus in weite Pläne verloren so werden die Umstände seiner spotten Aber hat er sich mit Grundsätzen gerüstet so werden ihm seine Erfahrungen deutlich sein und ihn jedes Mal belehren was jedes Mal zu tun sei Weiß er das Bedeutende im Gleichgültigen nicht zu unterscheiden so wird er das Nötige versäumen und beim Unnützen sich abarbeiten verwechselt er Mangel an Bildung mit Geistesschwäche Hoheit mit Bösartigkeit so werden ihn seine Zöglinge täglich durch wunderliche Rätsel blenden und Schrecken Es 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 gibt Es gibt eine Vorbereitung auf die Kunst durch die Wissenschaft Eine Vorbereitung des Verstandes und des Herzens vor Antreten des Geschäfts Vermöge welcher die Erfahrung die wir nur in Betreibung des Geschäfts selbst erlangen können allererst belehrend für uns wird Im Handeln nur lernt man die Kunst erlangt man den Takt Fertigkeit Gewandtheit Geschicklichkeit Aber selbst im Handeln lernt die Kunst nur der welcher vorher im Denken die Wissenschaft gelernt sie sich zu eigen gemacht sich durch sie gestimmt und die künftige Eindrücke welche die Erfahrung auf ihn machen sollte vorbestimmt hatte Man muss daher von der Vorbereitung keineswegs erwarten dass man aus ihren Händen als unfühlbarer Meister der Kunst hervorgehen werde Man muss nicht einmal die speziellen Anweisungen des Verfahrens von ihr verlangen Man muss sich Erfindungsgabe genug zutrauen um das Einzelne was jeden Augenblick zu tun sei wird im Augenblick selbst treffen zu können Von den Fehlern selbst die man machen wird muss man Belehrung erwarten und man darf dies bei der Pädagogik viel eher als bei tausend anderen Geschäften weil hier gewöhnlich jede einzelne Handlung des Erziehers für sich alleine unbedeutend ist und es unendlich mehr auf das Ganze des Verfahrens ankommt ankommt man muss es seinem Gedächtnis nicht einmal anmuten die unzähligen Kleinigkeiten welche zur Beobachtung sein werden beständig bei sich zu tragen aber dagegen muss man sich ganz anfühlen von denjenigen Betrachtungen welche die Würde die Wichtigkeit die Haupthilfsmittel der Erziehung betreffen steht schwebe dem Erzieher das Bild einer reinen jugendlichen Seele vor die sich unter dem Einfluss eines mäßigen Glücks und zarter Liebe unter mancher Regung des Geistes und manchen Aufforderungen zum künftigen Handeln unausgesetzt und mit immer beschleunigten Fortschritt kräftig entwickelt er überlasse sich nur anfangs der Fantasie um dies Bild mit allem was reizen kann zu schmücken aber er rufe dann die Kritik der strengen Überlegungen herbei damit sie ihm zeige was an seinem Bilde willkürliche Dichtung Traum ohne Grund ohne Zusammenhang und Haltung was im Gegenteil Forderung der Vernunft wesentliche Eigenschaften des Ideals gewesen sei hat er nun den Knaben sich gedacht nicht sowohl den er erziehen möchte sondern der einer trefflichen Erziehung wahrhaft würdig wäre dann füge er dem Knaben in Gedanken den Lehrer hinzu wieder nicht sowohl dem Begleiter auf jedem Schritte wie Rousseau tat nicht den Hüter den angefesselten Sklaven dem der Knabe und der dem Knaben wechselweise die Freiheit raubt sondern den weißen Lenker von Ferne der durch tief dringende Worte und durch kräftiges Benehmen zur rechten Zeit sich seines Zöglings zu versichern weiß und ihn nun der eigenen Entwicklung in der Mitte des Spiels und des Streits mit den Gesellen dem eigenen Aufstreben zum Tun und zur Ehre der Männer dem eigenen Abscheu vor den Beispielen des Lasters wodurch die Welt uns wie wir selbst wollen verführt oder warnt getröstet oder überlassen darf diesen Lenker von Ferne und diese seine Worte und sein Benehmen lassen sie uns suchen zu ergründen und zu erraten denn es ist nicht möglich dass so viel wie der Freund der Jugend ihr gerne widmet zur Erziehung hinreiche so ist Erziehung selbst nicht möglich denn soll er ihr alle seine Stunden soll er ihr seine besten Jahre ganz hingeben wie man ihm so oft anmutet oder soll er ihr auch nur den besten Teil davon opfern so muss er sich selbst vernachlässigen so wird er das Verhältnis zwischen Erzieher und Zögling ewig ein gezwungenes wieder natürliches die bildenden Kraft selbst auftreibendes Verhältnis die Jugend bekommt nur Aufseher nicht wahre Erzieher Unsere Wissenschaft muss uns eine Kunst lehren welche vor allem den Erzieher selbst im hohen Grade fortbildet und welche über das mit solcher Intention und Konzentration mit solcher Gewissheit und Genauigkeit handelt dass sie nicht jeden Augenblick nachzuhelfen nötig hat dass sie den größten Teil der Zufälle verachten und wichtige Eingriffe des Schicksals allenfalls für ihr Werk benutzen kann denn das Schicksal die Umstände die miterziehende Welt worüber die Pädagogik so laut zu Klagen pflegen wirken nicht alle Male und fast nie in aller Rücksicht ungünstig die Erziehung selbst hat sie erst einen gewissen Grad von Macht gewonnen kann jene Einwirkung sehr oft nach ihrem Zwecke richten Welt und Natur tun im Ganzen sehr viel mehr für den Zögling als im Durchschnitt die Erziehung zu tun sich rühmen darf für diese erste Stunde meine Herren werde ich ihnen nun genug beschrieben haben was die Wissenschaft wolle die ich zu lehren wünsche wie weit ich vom Ziel bleibe kann nur derjenige messen der es erreicht sie demselben aber näher zu führen als sie ohne das gekommen wären dies wäre der Verdienst was ich mir erwerben möchte nur über die eigene Beschaffenheit meiner Wissenschaft habe ich noch etwas hinzuzufügen um daraus meine Vorschläge abzuleiten wie sie dieses Kollegium am zweckmäßigen benutzen könnte sie sehen aus dem vorherigen mein Versuch wird dahin gehen in ihnen eine gewisse pädagogische Sinnesart zu entwickeln und zu beleben welche das Resultat gewisser Ideen und Überzeugung über die Natur und die Bildsamkeit des Menschen sein müssen diese Ideen werde ich erzeugen ich werde sie rechtfertigen ich werde sie so verbinden so konstruieren so verschmelzen müssen dass daraus jene Sinnesart hervorgehe und dass diese in der Folge den beschriebenen pädagogischen Takt hervorbringen könne aber Ideen erzeugen rechtfertigen und konstruieren ist ein philosophisches Geschäft und zwar von der edelsten aber auch von der schwierigsten Art desto schwieriger hier weil ich die rein philosophische Grundlage auf welche ich bauen sollte hauptsächlich Psychologie und Moral nicht voraussetzen kann wie ich es anfangen werde ihnen die Resultate meiner Spekulation fasslich zu machen ohne die Spekulation selbst darzulegen das kann ich ihnen nicht näher beschreiben als so ich werde mich an ihre Menschenkenntnis und besonders an ihre Selbstbeobachtung wenden darin müssen sich Resultate einer richtigen Spekulation vorfinden wenn gleich nur dunkel roh und unbestimmt besonders aber bitte ich sie Geduld zu haben wenn ich meine Hauptideen nur langsam aus ihren Elementen zusammensetzen werde wenn ich durch allerlei Gestreuch was im Wege steht mich erst durcharbeiten muss alles wird doch auf die am Ende hervorgehende Klarheit und Sicherheit auf die Energie auf den Nachdruck ankommen womit sie in ihnen selbst die Resultate festsetzen und wirksam beweisen in dieser Rücksicht wird freilich auch davon sehr viel abhängen wie mächtig sie sich derjenigen Wissenschaft und Übungen finden in welchen wir die wichtigsten Hilfsmittel der Erziehung erkennen werden dahin zähle ich vorzüglich griechische Literatur und Mathematik Bei jedem Vortrage der sich dem Philosophischen nähert ist die gewöhnliche Sitte nachschreibens nachteilig denn das richtige Verstehen und völlige Einsehen des Vortragenden gleich am ersten Augenblick ist hier durchaus Hauptsache wer von ihnen daher etwa die Absicht hätte meine Vorlesung zusammenhängend zu besuchen dem würde ich raten nur das nachzuschreiben was ich besonders zu diesem Zwecke langsam und wiederholt aussprechen werde hiermit denke ich gleich morgen anzufangen außerdem finden mich diejenigen Herren die etwa Lust zu einem weiteren Gespräch über das vorgetragen haben möchten sonnabends um halb fünf bis sechs Uhr in meiner Wohnung bei Herrn Kritsch zu Hause noch habe ich anzukündigen dass wegen einer Kollision mit Herrn Winkelmann ich künftig nicht donnerstags und freitags sondern mittwochs und freitags um diese Stunde lesen werde aus der zweiten Vorlesung um die Idee der vorherigen Lesung zurückzuführen ein Gleichnis denken sie sich ein Mann von Charakter von moralischem Charakter wenn sie wollen nur nicht bloß was man einen guten ehrlichen rechtlichen Mann nennt sondern einen solchen bei dem das moralische zu derjenigen Entscheidung Stetigkeit und Raschheit in der Ausübung gediehen ist die ganz eigentlich die Benennung Charakter verdient was was ist es das aus diesem Manne handelt ist es ein Moralsystem das in seinem Gedächtnis sauber aufgeschrieben ruht worin er wie in einem Lexikon oder passender wie der Richter in seinem Gesetzbuch bei jedem vorkommenden Fall die zugehörigen Regeln nachschlägt oder ist es vielmehr eine einfache starke und unverlierbare Gemütsstimmung entsprungen aus langer aufmerksamer und parteiloser Betrachtung der menschlichen Verhältnisse zufolge welcher er sich selbst und allem was ihn umgibt dem Platz der einen jeglichen Gebüre angewiesen hat so dass er jetzt das Gefühl allgemeiner Ordnung allenthalb in sich tragend sogleich bemerkt sogleich unwillkürlich abmisst wo und wie viel gegen die Ordnung gefehlt sei sogleich auch dem inneren Trieb folgt und arbeitet und nicht er ruhen kann bis er was an ihm ist getan hat zur Herstellung der Ordnung und zu ihrer besseren Befestigung auf die Zukunft so sind seine Handlungen die unfehlbaren Rückwirkungen auf den Anstoß den er empfängt unfehlbar bestimmt durch die besondere und eigene Art wie er eben Vermöge seines Ordnungsgefühls Vermöge seiner Beurteilung der menschlichen Verhältnisse getroffen und erregt wird von den Begebenheiten die um ihnen vor Sie werden auch hier das Mittelglied zwischen Theorie und Praxis wiedererkennen von dem ich gestern sprach den Takt die mehr zur Art und Sitte gewordene als durch deutlich gedachte Regeln bestimmte Entscheidungs und Beurteilungsweisen welche den charaktervollen Mann zur raschen und entschlossenen Tat antreibt und deren gerade auch die Erzieher bedarf um auf der Stelle zu wissen was zu tun sei um es recht und mit Nachdruck zu vollbringen fehlt dem Erzieher dieser Takt so wird nie seine Person das Gewicht haben er wird nie durch die Autorität gelten nie wird er wie er doch soll durch seine bloße Gegenwart die Zucht ausüben wodurch der ungestüm des Knaben so weit vorteilhaft und sicherer als durch alle Zwangsmittel gebrochen und zur Ordnung zurückgeführt wird Wie es aber nicht bloß moralische sondern gar mancherlei Charaktere gibt so gibt es auch gar mancherlei von Takt von Sitten und Arten der Erzieher nicht die Entschiedenheit und die Raschheit macht allein die Vortrefflichkeit es gibt eine Schule des sittlichen Charakters es gibt auch eine Schule des pädagogischen Taktes und in diesen Schulen gibt es Wissenschaften es gibt eine Moral es gibt eine Pädagogik beide wenn sie Amt kennen werden durch ihre Vorstellung dahin arbeiten statt vieler einzelnen Regeln vielmehr diejenigen Hauptüberzeugung in den Gemütern zu erzeugen und auf alle Weise zu stärken zu befestigen bis zum lebendigen Enthusiasmus zu erhöhen welche Überzeugungen jenen künftigen zu erwerbenden Takt seine wahre Richtung zu sichern umstande sind so habe ich denn also mir selbst die Richtung vorgeschrieben welche ich in diesen Stunden meinen Bemühungen für die gute Sache geben soll helfe mir ihre Aufmerksamkeit helfe mir wo ich fehle selbst ihr Zweifel und die gerade und nachdrucksvollen Mitteilung ihrer Einwürfe damit wir gemeinschaftlich der Menschenbildung einen guten Dienst leisten nicht aber was ferne sei ihre heiligen Angelegenheiten noch mehr verwirren mögen lassen sie uns jetzt den Begriff der Erziehung vor uns nehmen und damit wir ihm allmählich seine Hauptmerkmale und seine wichtigsten Voraussetzungen die Forderung die er an uns macht abgewinnen mögen lassen sie uns vor allem anderen den Gegenstand betrachten auf den sich alle Erziehung richten muss dieser Gegenstand ist ohne allen Zweifel ganz allgemein der Mensch und zwar der Mensch als ein veränderliches Wesen als ein Wesen das aus einem Zustand in den anderen übergeht das aber auch mit einer gewissen Stetigkeit in dem neuen Zustande zu beharren fähig ist Zwei Eigen Hier bricht das Manuskript ab 2 2 2 6 6 7 12 13 13